Wuhuuu! Nicht sagen mit, ähm, ich weiß es schon, ähm, mit, ähm... Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Überhaupt nicht? Nein, ich sitze hier. Es könnte ja nicht schaffen, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich spreche dir keinen Mantel. Nein. Aber es ist kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber Hermann, die wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Jetzt hättest du doch mal Zeit, was zu tun, was dir Spaß macht. Ja. Ja. Dann lies doch mal was. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen und mal dann nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze da, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Nein. Ich bin doch nicht aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Aber streichst du mich denn da so rein? Ich streiche dich nicht an!